Ah, gut, ein bisschen SportTV hier. Was war das gestern für den Bundesliga-Start? Und sind wir mal gespannt, was es heute so gibt. Denn es gibt schon klasse Duelle. Ich meine, Dortmund gegen Gladbach. Es ist schon ein geiles Duell. Aber sprechen wir einfach erstmal heute nur um das gestrige Spiel. Denn Bayern München war wieder so schwach und hat es nicht zweistellig gemacht. Einfach eine schwache Leistung. Wie gegen Barcelona haben es nur 8-1 gespielt und es nicht zweistellig gemacht. Es ist schon wirklich super mega enttäuschend. Okay, lassen wir den Scheiß. Fakt ist, mal serious. Ihr habt es wahrscheinlich gehört, den Unterton. Es war nicht ernst gemeint. Ich meine, viele verstehen es nicht. Deswegen muss man hier drauf hinweisen. Sonst hat man 10 Millionen Dislikes. Auf der anderen Seite sind die Kommentare immer lustig und sehr interessant. Und ich feiere es auch immer wieder bei anderen Videos, die sarkastisch, ironisch gemeint sind und du da wirklich Beiträge siehst, Kommentare, wo ich mich so beömmel. Egal. Aber 8 zu 0. Muss man sich mal vorstellen. Und das ist schon hart. Man kann nur hoffen, dass Schalke jetzt, keine Ahnung, am Ende der Saison abgeschlagen letzter wird. Sonst wird die deutsche Meisterschaft wirklich sehr, sehr langweilig. Aber ich habe gesagt, diese Saison bin ich davon überzeugt, dass Bayern auf jeden Fall deutscher Meister wird. Und zwar auch relativ früh. Ich meine, was sie wirklich für eine Mannschaft haben. Gnabry, Sané und alle drum und dran. Davies wirklich pfeilschnelle Spieler. Und auch, wie gesagt, Gnabry und Sané, die am 1-1-1 gehen können. Oder einfach mal einen schlauen Pass spielen können. Das alles können die. Und die sind einfach multitalentiert. Und da weißt du nicht, was machen die. Geh die in den 1-1, spielen in den Pass. Schießen die einfach an dir vorbei. Es ist alles möglich. Und dementsprechend wird Bayern höchstwahrscheinlich auch sehr früh deutscher Meister werden. Ich lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich bin auch davon überzeugt, dass der FC Bayern München erneut das Triple holen kann. Ich meine, Pokal ist immer so eine Sache. Es ist ein Spiel. Champions League sind zwei Spieler in der Regel. Wenn wir das mal sagen. Es gibt hier so ein Miniturnier. Aber das ist schon erstaunlich, wie sie aufgetreten sind. Ich weiß nicht, ob Schalke einfach so schlecht war. Oder Bayern so stark. Ich meine, wahrscheinlich eine bunte Mischung aus beiden. Schalke hatte gefühlt eine Chance. Und das sind die ersten Minuten. Wenn der reingeht, geht das Spiel anders aus vielleicht. Aber 8 zu 0, sie abschießen zu lassen. Und Paciencia. Ja, der von Frankfurt nach Schalke gewechselt ist, der muss sich auch so vorkommen wie herzlich willkommen auf Schalke. Der hat sich ja doch mal gegen die Fans ein bisschen geschossen, dass er gerne nach Schalke wechselt hat. Aufgrund der Fans, die selber die besten Fans haben. Wurde so zitiert in die Richtung ungefähr. Aber man weiß ja, dass der Verein gerne anders zitiert, als es wirklich der Fall gewesen ist. Trotzdem wünsche ich Patience ja selbst natürlich nur das Beste definitiv für eine Zeit gehabt, bei uns auch schwierig gewesen, sich durchzusetzen. Ich meine, die Büffelherde, die davor war, etc. Aber zurück zu den Bayern. Wie gesagt, 8 zu 0. Gnabry direkt mal mit ein paar Toren. Und Lewandowski hat mich überrascht. Er hatte so ein paar Chancen, die er da liegen lassen hat. Und ich denke, Alter, die machst du nur mal rein. Die machst du blind rein. Die machst du im Schlaf rein. Die machst du rein, wenn da noch 3, 4 Spieler stehen, macht er die nur mal rein. Das ist schon erstaunlich. Aber ich denke mal, der wird so seine Busen schießen. Und ob er am Ende Torschützkönig wird, muss man schauen, wie die anderen spielen. Vielleicht wird es auch Gnabry. Es ist sehr überraschend. Aber 8 zu 0. Das ist wirklich der neue HSV. Und damit ist noch sogar Schalke schlechter als Barcelona. Muss man auch mal so bedenken. Aber das wird ein Staatszielsieg für die Bayern, glaube ich. Keiner wird heute 9 zu 1 gewinnen. 9 zu 0. Aber scheiße, die Schalker. Also wenn die wirklich so weitermachen, könnte es wirklich schwer werden mit dem Klassenerhalt. Also ich habe auch gesagt, die werden höchstwahrscheinlich um den Abstieg spielen. Aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare hauen, wo habt ihr das Spiel gesehen? Ich habe natürlich auch das Song gesehen. Aber nur die erste Halbzeit danach habe ich dann mit meinem Kumpel ein bisschen gezockt. Wurde aber über WhatsApp weiterhin benachrichtigt. Ich dachte mir, Alter. Ist immer amüsant, amüsant. Aber ich sagte, ihr seid gefragt. Wo landet Bayern am Ende? Wo landet Schalke am Ende? Wer wird eine Überraschungsmannschaft? Vielleicht Stuttgart? Oder Bielefeld vielleicht sogar? Ich meine, das zweite Jahr ist immer am schwersten. Das erste Jahr ist immer easy. Es sei denn, Baderborn tut es sich immer schwer. Aber ich bin auf eure Kommentare gespannt. Haut gerne wirklich eure Meinung unten rein. Ich sage hier Arrivederci. Bis dahin. Und ciao. Ciao. Und ich melde mich am Montag wieder. Auf jeden Fall zum Rückblick des Bundesekelspieltags. Und dann können wir ja schon mal schauen, wer wo steht. Und dann können wir ja schon mal schauen, wer wo steht. baja. Wir kommen raus, oder wo steht. Vielen Dank.